Wenn du aber irgendwie merkst, boah, das wird immer rappelig, dann mit der linken Hand kannst du dich auch mal hier festhalten. Dann hältst du den Stab rechts und mit der linken Hand hier ein bisschen. Okay? Alles klar. Bis hier, Ausstrecke dann irgendwann zumachen, ja? Einmal weg, Jungs! Rein! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020